Willkommen zu Nerdnum spielt. In Cyberpunk soll ich hier in dem Krankenhaus freundlich nach einer Polizistin fragen, die hier eingesperrt wurde. Kann ich mit dem reden? Ich muss den gegen die Milano umreißen. Zeit- und Geldverschwendung. Wenn jemand durchdreht, sollte man ihn einfach von seinem Leid erfüllen. Der nächtige Aktivität hier. Auf der Stelle ergeben! Der hat kein Recht zu leben! Bitte! Ich bin sonst nicht in der Lage. Ich bin auch nicht in der Lage. Dann war ich nicht in der Lage. Die Kostadeln haben sich in der Lage. Ziel! Ziel getroffen! Mann am Boden! Position übernehmen! Wir sind getroffen! Das ist ja auch mal ein bisschen, ja. Wir sind wieder. Wir sind wieder. Wir sind wieder. Er hat sein Recht zu leben! Wir haben schwere Verluste! Das ist keine Polizistin! Der Bachmann! Der Schlüssel! Nimm den Schlüssel der Wache! Der Schlüssel! Dixon, Jasmine Dixon! Das bin ich! Aber wer schickt dich? Ich... Komm, ich hol dich hier raus! Kannst du gehen? Ich... Weiß nicht... Wohin denn? Hey, hey, hör mir zu! Alles wird gut, okay? Ich hol dich hier raus! Kapiert? Ja, verstehe ich! Wir... Können gehen! Gehen! Ja, kommst du? 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 Ja, kommst du! Ja, kommst du! Wo ist er denn? Mach das nur noch schlimmer für dich! Komm einfach raus! Komm schon raus, ich tu dir nichts! Go! Kommt die mit? Da ist ein Auto! Steig ein! Du kannst zu deinem Mann zurück! Er wartet schon auf dich! Oh Gott! Ich dachte, ich komm hier nicht! Dass die... Du weißt ja nicht, was die mit mir... Wie oft sie... Jeden Tag... Jetzt ist es vorbei, Jasmine! Die können dir nichts mehr tun! Ich... Wäre immer du Beste! Danke! Auch das haben wir erledigt! Gute Arbeit, Vi! Jasmine ist auf dem Weg zu ihrem geliebten Ehemann und ich bekomme meine geliebten Eddies! Oder er... Unsere! Hast du gut gemacht, Vi! Auftrag erledigt! Schön! Habe ich denn hier direkt noch was? Das scheint mir noch mehr um die Ecke zu sein! Das machen wir noch mit! Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Komm schon raus, beenden wir die Sache! Wir sind gefickt! So, das war's schon wieder. Okay, dann kann ich jetzt, da haben wir sogar zweimal Überfall, das ist sogar schon Gefahrmittel, dann gucke ich demnächst, was ich hier noch alles tun kann, aber das sieht so aus, als wäre hier tatsächlich noch einiges zu machen. Gerade hier, Gefahrmittel. Ja, und hier, äh, hört's auch nicht wirklich auf. Ist offensichtlich noch gut, was zu erledigen in Cyberpunk, aber wie gesagt, das dann wohl will. Das nächste Mal! Bis zum nächsten Mal.